Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's in der Bibel, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer weiteren ÖPNV News. Wir haben wieder einiges hier zusammengesammelt, deswegen starten wir auch direkt durch. Wir fangen auch direkt an mit Projekt Gladbeck und Omzi 2 Eddon Düsseldorf, denn hier hat man einen Ausbauplan 2020 für dieses Eddon erstellt. In der Facebook-Gruppe Club of Gladbeck haben wir fleißig mit euch diskutiert und uns ausgetauscht und diesen Ausbauplan ausgearbeitet. Die M2 wurde ja bereits angekündigt und befindet sich aktuell im Bau und erweitert die Karte in Richtung Staufenplatz um 11 Kilometer. Die 733 haben wir auf Wunsch der Community als Teillinie nun mit in den Ausbauplan gesetzt, da die M2 viele Haltestellen überspringt und somit die 733 alle Haltestellen auf dem Abschnitt Heinrichstraße bis nach Staufenplatz bedient. Die 890 erweitert die Karte nochmal zusätzlich um 6 Kilometer in Richtung Nord und bindet die bekannte Merkur-Arena und die Messe Düsseldorf mit in das DLC ein. Zudem entsteht auf den Rheinwiesen ein riesiger Kirmes. Und damit springen wir schon zur nächsten News rüber, denn hier plant man ein Kronen-Event einzubauen und zwar den Rhein-Kirmes. Unser bisher größtes Event befindet sich im Bau für das DLC Düsseldorf. Aber nichtsdestotrotz bleiben wir dann auch weiterhin bei Boeck Gladbeck und hier äußert man sich zu den vergangenen News-Zwecks des OMSI-Forums. Hallo zusammen, auch uns erlitten viele Nachrichten, ob wir unseren Support einstellen werden für OMSI 2. Natürlich bleiben wir auch weiterhin für den Support unserer Produkte da. Wer ein Spiel oder DLC an Kunden verkauft, ist auch dem Kunden gegenüber verpflichtet, bei Rückfragen technischer Hilfeleistung zu gewähren. Das mögen einige Entwickler vielleicht nicht gerne hören, weil man lieber Geld verdienen möchte und am liebsten nichts dafür tun möchte. Aber man sollte auch für die Kunden da sein, die jetzt erst das Spiel kaufen. Es gehört sich einfach als fairer Entwickler, sich mit dem Kunden auch bei technischen Rückfragen und Problemen auseinanderzusetzen. Wir empfehlen daher eingehend folgendes Forum zukünftig zu nutzen und zwar ist es hier das OMSI-Web-Tist. So wie ihr immer zu uns haltet, halten wir auch zu euch und das mittlerweile seit 5 Jahren. Euer Projekt Gladbeck Software Team. Und damit gehen wir mal zum nächsten Thema rüber und zwar geht es hier um Rota. Ja, auch Rota hat sich dazu gemeldet, was in dem vergangenen News passiert ist mit dem OMSI-Forum. Auch hier nochmal die Stellungnahme aus dem OMSI-Forum. Hallo liebe Fans, Unterstützer und alle, die gern unser Projekt verfolgen. Wir haben uns zusammengesetzt und eine wichtige Entscheidung getroffen. Wir werden aufgrund der letzten Neuigkeiten im Forum von Janine über dessen Zukunft unserer Projekte hier nicht weiter vorstellen. Wir halten es nicht für richtig, zu diesem Zeitpunkt und vor allem nicht in diesen Zeiten das Forum teilweise zu schließen. Ein Austausch im Showroom wird stark erschwert. Diskussionen und ehrlicher Austausch sind nicht mehr möglich. Schon vorher wurde die Plauderecke geschlossen, sodass jeglicher freier Austausch und Meinungsdarstellung unterbunden wurde. Diverse User wurden durch PN-Fragen gesperrt und das entspricht nicht unserem Bild einer stabilen Community. Da die Entwickler von OMSI nun dieses gut strukturierte Forum nach und nach auf Eis legen wollen, ziehen wir um. Ihr findet unsere News jetzt neben Instagram und Facebook auch im Forum der Kollegen der OMSI-Webdisk. Liebe Grüße und wir freuen uns, euch bald auch dort wieder unter den Beiträgen zu sehen. Bis bald und bleibt gesund. Und ja, damit kommen wir zum spannenden Thema und zwar OMSI-Webdisk meldet Alarm. Denn ja, natürlich ist der Ansturm so groß, dass zeitweise die Seite offline ist, ja, weil die Server einfach zusammencrashen und hier einfach nichts mehr geht. Jeder verweist mittlerweile auf das OMSI-Webdisk-Forum und der Server, die zum ursprünglichen Zeitpunkt da waren, haben natürlich diesen Druck nicht standgehalten. Und hier hat man sich jetzt auch zu geäußert. Die Webdisk bleibt euch weiterhin bestehen. Unsererseits ist keine Planung zur Projektaufgabe gegeben. Planung. Dadurch, dass die OMSI-Webdisk nun einen größeren Ansturm erfährt, ist der Wechsel auf einen Server mit einer 10 GB Anbindung, aktuell haben wir eine 1 GB Anbindung, eben der Webstandard. Es wird also 10-fach mehr Kapazität angedacht, da wir zukünftig eher mehr statt weniger Endpässe erwarten. Zum Serverwechsel gibt es zu einem späteren Zeitpunkt mehr Infos, hier sind noch einige Dinge vorab zu klären und vorzubereiten. Der Umzug wird dato, wie zuvor, mit viel Planung und Vorbereitung ausgeführt, sodass es für euch von heute auf morgen mit geringen bis gar keinen spürbaren Einschränkungen vonstatten geht. Aktuelle Maßnahme, um die Stabilität und Performance zu erhöhen, haben wir, bzw. unser Fachmann Mivi, die Downloadgeschwindigkeit auf 2 MB pro Sekunde reduziert bzw. limitiert. Ihr wisst, dass ich kein Freund davon bin, nur so können wir aber vorbeugen, dass es zu totalen Einbrüchen 502-Bit-Gateaway, also Timeout kommt. Die Webdisk läuft zwar immer noch recht träge, aber mehr können wir im Moment nicht tun. Lasst den Jungs doch gerne ein paar Tassen Kaffee da, damit diese unsere OMSI-ZWEIT-Daten archivieren, würden wir persönlich sehr, sehr toll finden, wenn ihr die Jungs da ein bisschen unterstützen könntet. Wie gesagt, alles sowas kostet natürlich auch mega Geld, deswegen nehmen sie das Ganze jetzt, sie nehmen die Bürde jetzt auf sich, schließen das Forum nicht. Im Gegenteil, sie rüsten sogar noch nach, also von daher kann man ruhig mal so den einen oder anderen, ja, einen oder anderen Tassen Kaffee da lassen. Ich glaube, die würden sich da mega über diese Unterstützung freuen. Wir bleiben mal um sie. Und zwar geht es um ein weiteres DLC, und zwar Grand Paris Moulin. Das ist die, ja, die ehemals Expresslinie 6106, 9106, die jetzt als Payware Addon kommt. Wir hatten davon schon vor einiger Zeit mal gesprochen, jetzt gibt es das erste Bild dazu, und zwar nämlich von Halikon. Nach vier deutschen Maps von Halikon Media wird es jetzt internationaler in Sachen OMSI-ZWEIKarten. Mit der Erweiterung Grand Paris Moulin mit dem Express 9106 durch Frankreich vom Entwickler Creation Agoras 114 geht es nach Frankreich, genauer in den Bereich südlich von Paris. Es ist eine Premiere, weil es bislang kein Payware Addons aus Frankreich gab. Wenn es gleich dort auch eine große Fanbase für den Bus-Emulator gibt. Und darüber, dass Frankreich ein wunderbares Land auch für Busfahrer ist, da besteht kein Zweifel. Da gibt es einen Riesentext dazu, könnt ihr euch gerne, ja, mal durchlesen. Insgesamt gibt es hier zehn Linien, davon zwei Vorortlinien und sieben Überlandlinien und einen Shuttlebus. Ebenfalls enthalten sind zwei Schulbus-Linien. Die Fahrzeiten auf den unterschiedlichen Linien betragen zwischen 15 Minuten und einer Stunde. Also das ist eine ganz schöne Latte. Ihr könnt eine kostenlose Version ja immer noch runterladen. Die 9106 müsste meiner Meinung nach auf Steam noch erhältlich sein. Also wenn ihr da erstmal vorher reinschauen wollt, bevor ihr das Ganze als Payware kaufen möchtet, dann guckt da erstmal rein. Wenn euch die Qualität dort schon gefällt, dann denke ich mal, dürfte das hier am um sie zwei, ja, Frankreich DEC natürlich nichts ändern. Das dürfte natürlich alles noch viel, viel mehr aufgebauter worden sein. Also von daher notet ihr diesen DEC, wie gesagt, wenn euch die 9106 gefallen hat, definitiv mal auf die Merkliste setzen. Denn, ja, da sieht es auf jeden Fall schon wieder recht interessant aus. Was das Ganze kostet und wann es erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Aber wir halten euch dementsprechend natürlich weiterhin auf dem Laufen. Ein weiterer DEC ist diese Woche erschienen für um sie zwei. Und zwar der Studiopolygon 400 MMC ist ein Niederflur-Doppeldecker-Bus, der seit 2014 hergestellt wird. Er ist auf verschiedenen Fahrgestellen erhältlich, um unterschiedliche Anforderungen recht zu werden. Das L beinhaltet verschiedene Ausstattungsvarianten, wie Fahrzeugling, Motorisierung, Getriebe, Bestuhlung und mehr. Dieses Paket beinhaltet eine sehr detaillierte Darstellung des realen Busses. Und so sieht das Ganze aus. Kostet um die 15 Euro auf Steam. Könnt ihr, wie gesagt, jetzt kaufen. Wir haben es bereits schon getestet. Wenn ihr das Video dazu sehen wollt, guckt dann gerne mal bei uns im OMSI-2-Playlist vorbei. Da könnt ihr euch das Video dementsprechend mal anschauen. Unsere erste Meinung dazu auf jeden Fall war sehr positiv. Also hier kann man von einem sehr gelungenen Bus-DEC sprechen. Statt aber auch nur einer britischen Version gibt es auch eine deutsche Variante. Also falls ihr da mal so ein bisschen Bock drauf habt, mal ein bisschen abseits von Mercedes und Co. zu gehen, dann könnt ihr euch diesen DEC direkt mal anschauen. Denn auf dem OMSI-Webnis gibt es bereits schon eine BVG-Mod. Guckt da am besten mal rein. Diese Folge kommt dann aber erst nächste Woche bei uns. Wir gehen weiter. Wir verlassen OMSI-2 und gehen zum Train-Simulator. Denn hier gab es auch wieder Neuigkeiten. Und zwar um das S25 Addon, welches ja für den Train-Simulator 2020 erscheinen soll. April, 30. April 2020. Heißt einer meiner, so, nach Süden, nach Süden, heißt eines meiner Lieblingslieder von der DDR-Band Lift. Aus dem Nord-Süd-Tunnel heraus ging der Streckenbau in den letzten zwei Monaten nach Süden voran. Yorkstraße, Südkreuz, Priesterweg, Südende und Langwitz sind fertig. Noch drei Stationen, dann ist die Strecke im Ganzen fertig. Es scheint, als würde das Ziel, die Arbeit an der Strecke zu den Tagen der offenen Tore bei der historischen S-Bahn Berlin e.V., die ja leider aus bekannten Gründen nicht stattfinden können, am ersten Wochenende im Juni abzuschließen, erreicht werden. Davon wird Ende Mai dann zu lesen sein. Auf der Website, die ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke, gibt es natürlich noch weitere Bilder, könnt ihr euch dementsprechend das angucken. Aber Langwitz sieht so unglaublich gut aus, denn das ist genau meine Region und das haut sogar 1 zu 1 wirklich hin. Also ich freue mich auf dieses Addon. Wie gesagt, sobald es da wieder Neuerungen gibt, werde ich euch dementsprechend auf dem Laufenden halten. Und zu guter Letzt gehen wir zu Lotus, denn Tram Düsseldorf ist erschienen. Ja, ohne große Ankündigung oder sonstiges ist es von heute auf morgen einfach auf den Markt gekommen. Gratze 34,99 Euro kostet das gute Stück. Und mit dabei haben wir also in der ersten Phase den Duwag GT8S, den Duwag GT8SU, den Duwag GT8, den Duwag B4 und den Duwag B80 Stahl. Dann enthält die Karte Düsseldorf 1981, Düsseldorf Hauptbahnhof bis Jan-Wellem-Platz, Jan-Wellem-Platz bis Rheinbahnhaus, Belsen-Platz, Belsen-Platz bis Lürig. Die Streckelänge beträgt 8 Kilometer bei Erstveröffentlichung. Das erste Update beinhaltet dann, wenn das kommen sollte, die Strecke Schleifenfahrt, Düsseldorf Hauptbahnhof, Graf-Adorf-Platz wird ergänzt. Und Strecke bis Meer, Busch, Hausmeer, heute Forsthaus wird ergänzt. Im zweiten Update gibt es dann Strecke- und KI-Fahrzeuge. Die Strecke von Lürig bis Meerbusch-Hoterheide ist vollständig befahrbar. Der MAN SG192 wird als KI-Bus ergänzt. Und im dritten Update wird es im Update, denn die Strecke von Meerbusch-Hoterheide bis Grefeld-Diesem ist vollständig befahrbar. Ja, das ist dann auch die letzte Möglichkeit, wo ihr das Produkt dann für 34,99 Euro kaufen könnt. Denn hier hat man ja vorher schon angekündigt, dass das Ganze dann gestaffelt teurer wird. In der zweiten Phase kostet das Ganze dann 40 Euro oder 45 Euro und in der letzten Phase dann bis zu 50 Euro. Also, wer hier früh zuschlägt, kann hier bis zu 15 Euro sparen. Wer aber jetzt auch lieber auf Nummer sicher gehen will von einer Early Access jetzt nicht so viel hält, der sollte am besten noch ein bisschen warten. Aber wir haben dazu natürlich schon ausreichend Videos bei uns auf dem Kanal. Guckt am besten einfach mal rein und macht euch doch selbst ein Bild davon. Und da kommen wir auch schon zum Ende der News. Das war es wieder gewesen für diese Woche. Ja, das mit dem OMSI-Webnis scheint ein ganz schön heißes Eisen zu sein. Deswegen kann ich nur darauf nochmal an euch sprechen. Unterstützt die Leute vom OMSI-Webnis. Die retten gerade unser komplettes Archiv von OMSI 2, sodass es nicht hier 300, 400 GB auf der Festplatte haben muss, weil du wahrscheinlich diese Daten nie wieder bekommst. Deswegen müssen wir die Jungs da jetzt mal so ein bisschen unter der Arme greifen und dort helfen, wo es nur geht. Deswegen kann ich hier wirklich nur jedem ans Herz legen, da irgendwie, wenn es nicht Geld ist, irgendwie anders zu fragen, ob ihr da irgendwie helfen könnt oder sonst irgendwas. Ich glaube, da ist gerade so einiges los. Deswegen, ich denke mal, die sind da über jede Hilfe sehr, sehr erfreut, wenn man da ein bisschen helfen könnte. Und deswegen dachten wir so, wir nehmen das Ganze hier noch mit rein und wollen das Ganze nochmal mit den Tassen Kaffee nochmal so ein bisschen ansprechen, dass das Ganze finanziell auch nicht ausartet für die Jungs, die das Ganze kostenfrei übernehmen. Deswegen überlegt es euch, könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Aber ich finde, OMSI-Webnis macht hier richtig, richtig gute Arbeit. Das muss man den Jungs da lassen, denn sie lassen sich davon irgendwie nicht abschrecken. So, und das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Wir sehen uns dann zu den nächsten ÖPNV-News wieder. Oder wenn ihr natürlich Bock habt und meine Stimme schon vorher hören würdet, dann haut doch mal in der nächsten Woche einfach mal die Let's Plays rein. Würde ich mich sehr freuen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss. Und natürlich wieder bis zum nächsten Mal.